Und da bin ich jetzt gespannt, ob wir uns die Bilder nochmal anschauen können. Wir haben es nämlich eben schon ganz kurz gesehen, dieses System HIMARS. Das ist ja extrem wichtig für die Ukrainer und hat jetzt offenbar, soweit wir wissen, eben zu diesem Erfolg, den du schon kurz angesprochen hast, geführt. Was ist das für ein System? Wie funktioniert es und warum ist es so wichtig? Ja, wir können uns da mal ein paar Bilder angucken. Das HIMARS-System zeichnet sich vor allem durch seine große Mobilität aus, ist auf einem LKW-Chassis praktisch montiert, hat einen Container mit sechs Raketen. Diese Raketen haben eine Reichweite von 80 Kilometern. Das System hat mit anderen Raketen ausgestattet, sogar eine Reichweite von 300 Kilometern. Und dieses System hat die Möglichkeit, wirklich extrem präzise diese Raketen abzufeuern. Man kann praktisch sagen, punktgenau, sobald man Koordinaten identifiziert hat, kann man mit diesem System dann punktgenau dort entweder, wie haben es gerade gesehen, diese Haubitzen, aber im Fallraum Donetsk in Krimina auch eben Truppenansammlungen bekämpfen. Und wir sehen hier mal ein paar Daten, sechs Raketen, ich hatte es angesprochen, bis zu 300 Kilometern. Bisher halten die Amerikaner diese Langstreckenraketen noch zurück, weil sie vermutlich Angst haben, dass die Ukrainer die dann auch einsetzen könnten für weitreichende Angriffe aufs russische Staatsgebiet. Und diese Container sind sehr, sehr schnell austauschbar. Wir sehen jetzt hier ein Bild von dem General, auf den die Truppen in Krimina gewartet haben sollen, mehr als zwei Stunden. Und das sind nur 15 Kilometer von der Frontlinie. Und dann haben die Ukrainer das wahrscheinlich aufgeklärt mit Drohnen und haben dann den Angriff gestartet, nicht nur mit High-Mars-Raketen, sondern auch mit 155 Millimeter Artillerie geschossen. Und russische Militärblogger sprechen davon, dass mindestens 100 russische Soldaten dabei ums Leben gekommen sind und 100 weitere verwundet worden sind. Also das ist wirklich ein schwerer Schlag. Und was die Blogger auch wieder sagen, inkompetente Generäle, wir wissen nicht, warum sich da nichts ändert, obwohl wir jetzt schon fast anderthalb Jahre im Krieg gegen die Ukraine sind. Wie gesagt, die Zahlen sind Bloggerangaben, offiziell noch nicht bestätigt. Guckst du natürlich im Laufe des Tages, ob wir das bekommen. Guido, danke dir für den Überblick. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken. Und wenn ihr auf der Suche seid habt, dann könnt ihr euch auf der Suche seid nach